Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Standesamtliche Trauung, so schön sah Franka Liefeld aus. Franka Liefeld zog auf ihrer Hochzeit mit Christian Lindner, 43, vermutlich alle Blicke auf sich. Die Journalistin und der Bundesfinanzminister gaben sich am Donnerstag das Jahrwort, die standesamtliche Trauung fand auf der Insel Sylt statt. Im kleinen Kreise besiegelte das Paar seine Liebe. Zu diesem besonderen Anlass schmiss Franka sich ordentlich in Schale und strahlte in einem eleganten Jump Suite. In ihrer Instagram-Story teilte die Chefreporterin erste Eindrücke der Zeremonie. Franka legte in einem weißen, schulterfreien Jump Suite einen formvollendeten Auftritt hin, ihre Haare waren zu einem strengen Pferdeschwanz gebunden. Beim Make-up setzte die Brünette auf Smoky Eyes. Aber auch Christian putzte sich für die Trauung ordentlich heraus. Der Politiker trug einen stylischen blauen Anzug. Das war es aber noch nicht mit den Hochzeitsfeiligkeiten. Am Freitag soll ein ausgelassener Polterabend stattfinden, am Samstag folgt dann die große kirchliche Hochzeit. Bleibt abzuwarten, in welchem traumhaften Outfit Franka vor den Altar schreiten wird. Hey guys, this is Gansham. Then subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.